Ich glaube, jede Mutter geht es der gleiche, aber mittlerweile kann sie schon hinschauen, wenn ich runter springe. Das ist kein Problem. Aber sie sagt schon oft, dass ich immer bevor ich wegfahre, pass gut auf sie auf, schau auf sie, nimm das noch mit, nimm noch ein paar Kegs mit und dann ist es wie ihre Mutter besorgt ist, wenn sie mal weiter weg geht. Dann hat sie irgendwo mal ein Foto gesehen von einer Siegjährung, wo er im Stockerl war. Die feinsten Sommerschuhe im tiefen Winter stehen und dann die erste Nachricht war kein Gratuliere, sondern was hast denn du für Schuhe bei der Sieg? Das sind ja Sommerschuhe. Typisch waren wir, aber ganz lustig.